Herzlich Willkommen in der Liebubble. Wie schön, dass du mit dabei bist. Heute gibt es wieder eine Geschichte von Heinrich Seidel und zwar geht es um eine verschmähte Liebe und um einen Mieter, der gar nicht weiß, wie aus dieser verzwickten Situation wieder raus soll. Ich bin Li und wenn du keines meiner Hörbücher mehr verpassen willst, klick auf jeden Fall noch schnell auf Abonnieren. Ich gönne mir jetzt noch eine Tasse Tee und ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß. Tschüss! Frau Schödebold Ich hatte es ja am Ende sehr gut bei Frau Schödebold, aber zuletzt ging es doch nicht mehr. Und zwar aus mancherlei Gründen. Diese, meine brave Hauswirtin, sorgte mütterlich und musterhaft für mich und meine beiden kleinen Zimmer glänzten vor Sauberkeit und Ordnung. Ja, von diesem Artikel war sogar nach meinem Geschmack meistens etwas zu viel vorhanden, denn ich muss nur offen gestehen, dass ich zu den Naturen gehöre, die sich am wohlsten fühlen, wenn sie ein wenig in ihrem eigenen Müll sitzen, wie man bei mir zulande sagt. Ein angenehmer Hauch von kleinstädtischer Luft, der etwas ganz Behagliches und Heimliches hatte, zumal man jederzeit mit ein paar Schritten wieder mitten in dem Treiben eines riesig flutenden Lebens sein konnte. Es war also ganz hübsch dort, und ich hatte es recht gut. Doch sollte ich ein solches Glück nicht ungetrübt genießen, wegen zweier Eigenschaften der Frau Schödebold, die auf die Dauer schwer für mich zu ertragen waren. Zuvörderst hatte sie nämlich eine unüberwindliche Abneigung gegen Tiere, und ich habe früher schon einmal erzählt, wie dieser Antipathie jenes dürftige stellenlose Hündchen zum Opfer fiel, das ich mir in der Hoffnung, endlich wieder in Lohn und Brot zu kommen, so vertrauensvoll anschloss. Ich war nun aber an Tiere gewöhnt, von Kindheit an, und wenn es auch nur Zwergmäuse oder Rotkehlchen gewesen waren, irgend dergleichen hatte ich immer um mich gehabt. An so etwas durfte ich aber gar nicht zu denken wagen, denn hier hatte die Güte der Frau Schödebold ein Loch, das mit harter Verständnislosigkeit ausgefüllt war. Vögel waren ihr gleichbedeutend mit Schmutz, für die es in ihrer Wohnung keinen Platz gab, und nun gar für Mäuse, Eichhörnchen, Siebenschläfer, Wiesel, Ringelnattern, Laubfrösche, Eidechsen und dergleichen Ungeziefer erst recht nicht. Deshalb musste ich schon dem häuslichen Frieden dies schwere Opfer bringen und fand nur einen geringen Ersatz darin, mir Terrarien und Zimmer volieren von wahrhaft wunderlicher Einrichtung und märchenhafter Pracht im Geiste auszumalen und mit den seltensten und zierlichsten Tieren zu bevölkern. Zweitens aber, und das fiel schwerer ins Gewicht, stellte es sich im Laufe der Zeit mit fast untrüglicher Gewissheit heraus, dass Frau Schödebold mit der Absicht umging, mich zu heiraten. Ich hatte kein Recht, ihr das zu verdenken, und wusste das Schmeichelhafte, das in dieser Wahl der ansehnlichen und nicht unvermögenden Frau lag, sehr wohl zu schätzen. Allein, ich hatte aus einer schwärmerschen Jugend noch einige ideale Vorstellungen von dem Wesen gerettet, das ich mir einmal als meine Frau dachte, und diese entsprachen sehr wenig dem Bild der Frau Schödebold. Vor allen Dingen hatte ich mir die Holde, die ich einmal zum Altar führen würde, immer mehr als eine rosige Apfelblüte, denn als reifen Bosdorfer vorgestellt. Und hier ließ ich doch nicht leugnen, Frau Schödebold war recht reif, so rose ich sie auch einmal geblüht haben mochte. Wie und wann ich allmählich dahinter kam, das weiß ich nicht mehr. Mir ist nur innerlich, dass ich zuerst lange keinen Verdacht schöpfte, so wohlwollend auch die Blicke der braven Frau auf mir ruten, und so oft sie mir auch erzählte, wie kurze Zeit sie nur das Glück genossen hatte, mit ihrem seligen Verein zu sein, und wie sonderbar sie auch seufzte, wenn sie das Zimmer verließ. Auch als sie mir den großen Beweis des Vertrauens gab, mich in Vermögensangelegenheiten um Rat zu fragen, und ich bei dieser Gelegenheit erfuhr, dass sie über mehr als zwölftausend Taler in Hypotheken und sicheren Staatspapieren verfügte, merkte ich nicht den Köder, denn in solchen Dingen war ich eigentlich immer ziemlich dumm. Dann aber stellten sich bei dieser Frau literarische Neigungen ein, und solches erfreute mich anfangs sehr als ein Zeichen später wachenden Bildungsdranges. Wenn ich nach Hause kam, fand ich oft aufgeschlagene Bücher aus meiner kleinen Bibliothek auf dem Tisch und durfte vermuten, dass Frau Schödebold in meiner Abwesenheit darin gelesen hatte. Zuletzt aber fiel es mir doch auf, dass an solchen Stellen immer nur von der Liebe die Rede war, dass die Bücher immer mit einer ganz gewissen Absichtlichkeit an einem Ort lagen, wo sie mir ins Auge fallen mussten, und dass dies ganze Verfahren durchaus nicht mit der sonst so peinlichen Ordnungsliebe dieser Frau in Harmonie stand. Da ich mich zur Erholung von meinen Berufsgeschäften vorzugsweise gern mit den Werken älterer und neuer Dichter beschäftigte und zuweilen selber wohl einen kleinen Jagdausflug auf den Helikon unternahm, so fand ich zu solchen seltsamen Taten meiner Wirtin Gelegenheit genug. Trotzdem dauerte es lange Zeit, bis ich die eigentliche Bedeutung dieser Sache begriff, denn anfangs hatte ich dies nur für ein dem weiblichen Geschlecht innewohnendes allgemeines theoretisches Interesse für die Angelegenheit der Liebe gehalten, das ja selbst Urgroßmütter nicht ganz verlieren sollen. Aber eines Tages, als ich Mörekkes Gedichte aufgeschlagen fand bei der Stelle, fragst du mich, woher die bange Liebe zu mir im Herzen kam? Ja, da leuchtete sich plötzlich alles elektrisch, und ich sah mit einem Male klar. Von nun an schien mir mein Heil nur in der äußersten Würde und Gemessenheit zu liegen, aber die kühle Gleichgültigkeit, die ich jetzt im Verkehr mit Frau Schödebold entfaltete, hatte das Gegenteil der gewünschten Wirkung. Ihr Wesen wurde immer elegischer, ihre Seufzer holte sie aus immer größeren Tiefen der Seele, und ein Ausdruck hinschmachtender unerwiderter Liebe wich nicht mehr aus ihrem Antlitz. Der Teufel plagte mich eines Tages zu prüfen, wie weit wohl ihre Aufopferung bei dieser merkwürdigen Gemütslage gehen würde. Und da ich vor kurzem mein Pärchen Bartmeisen in einer Vogelhandlung gesehen hatte, das mit dem brennenden Wunsch, es zu besitzen, mein Herz verwundet hatte, so fragte ich nach einer diplomatischen Einleitung vorsichtig an, was Frau Schödebold sagen würde, wenn ich mir diese reizenden, allerliebsten Tiere anschaffen würde. Und was geschah? Mit einer Miene unendlicher, demutsvoller Hingebung erwiderte sie, wenn Sie es wünschen, lieber Herr, gern. Über diese Antwort, so viel Verlockendes auch für mich darin lag, war ich heftig erschrocken. Ich sah es nun klar, der Wurm der Liebe nagte schon an den Grundfesten ihres Charakters, denn ich fand sie bereits entschlossen, Prinzipien zu opfern. Für manchen hätten wohl die Annehmlichkeiten, die eine solche Verbindung mit sich führte, viel Verlockendes gehabt. Einfacher konnte ich gar nicht zu einer wohleingerichteten Häuslichkeit kommen, nicht einmal auszuziehen brauchte ich. Zwar fünf Jahre älter war Frau Schödebold als ich, jedoch eine saubere, stattliche und wohlerhaltende Frau. Ich hatte schon andere Dinge erlebt. Einer meiner Freunde hatte eine Dame geheiratet, die ihn im Alter um acht Jahre übertraf, und es war eine glückliche Ehe geworden. Allerdings war sein Beweggrund Liebe und nicht Bequemlichkeit gewesen. Dass ich jedoch diesen gefährlichen Spekulationen nicht so lange nachhing, habe ich dem Barbier Kreutlein zu danken. Herr Kreutlein war, wie fast alle Barbiere, von etwas Ausschweifender, zur Romantik geneigter Sinnung und feurigen Gemütes. Die mannigfachen Vorzüge der wohlhabenden stattlichen Witwe hatten sein Herz entzündet, und seit einiger Zeit verfolgte er sie mit glühenden Werbungen. Das ist möglich, dass diese, bevor durch den Gott der Liebe ihr Sinn auf mich gewendet worden war, sie den schmeichlerischen Worten des Barbiers mehr Gehör geschenkt hatte. Jetzt aber war sie eitel Grausamkeit und Härte gegen Herrn Kreutlein. Solches aber entflammte nur immer höher die Glut dieses Märtyrers der Liebe, und sehr bemerkenswert war es zu sehen, wie wohl sich die alternde Frau in dem Abglanz dieser schmeichelhaften Flammen gefiel, denn durch all den Zorn über die zudringlichen Werbungen dieses Hasenfußes leuchtete doch immer die stille Befriedigung, vor den Augen des geliebten Mieters so heiß begehrt zu werden. Überaus komisch war eine Szene, die sich fast täglich ereignete. Wenn der Barbier meinen Freund Oppermann, der drei Treppen hoch wohnte, des Morgens wie gewöhnlich rasiert hatte und wieder herunterkam, dann zog er regelmäßig die Türglocke, um Frau Schödebold herbeizulocken. Wenn sie dann kam und vorsichtig zuerst durch das Guckloch in der Tür hinaus lugte, gürrte er ihr, die natürlich nicht öffnete, durch dieses kleine Loch die heißesten Schwüre und Liebesbeteuerung zu, während sie als Gegengabe die härtesten Schmähungen auf seine wohlgekräuselten Barbierslocken häufte. Hatte er dann furchtlos dort einige Zeit gesäuft und deklamiert, verließ er gekränkt den Ort seiner Schmach. Er mannte sich aber vor der Haustür wieder, steckte die Hand in den Busen, warf noch einige großartig flammende Blicke auf die Fenster des Hauses und begab sich erhobenen Hauptes und wogenden Ganges hinweg. Einmal aber, als er gerade die Treppe herabkam und Frau Schödebold in demselben Augenblick den Briefträger geöffnet hatte, war in geschickter strategischer Benutzung dieses günstigen Momentes eingedrungen. Hatte auf dem schmalen, halbdunklen Korridor zuerst einen großartigen Fußball im Opernstil getan und war dann so feurig geworden, dass sich Frau Schödebold seiner mit einer Feuerzange erwehren musste, die ihn auch nach mehreren tapferen Angriffen endlich in die Flucht trieb. Nun aber war ihre Geduld am Ende und das nächste Mal versuchte sie ein anderes Mittel zur Abkühlung dieser gewaltigen Liebesflammen. Als nun Herr Kräutlein schon am anderen Tage wieder unabgeschreckt seinen gewohnten Liebesbeteuerung durch das Guckloch girrte, da war sie doppelt hart gegen ihn und behandelte ihn so schrecklich, dass er früher als gewöhnlich abließ und sich davonschob. Im nächsten Augenblick sah ich Frau Schödebold in großer Eile durch mein Wohnzimmer in die Schlafkammer rennen und ward durch ein seltsam furienhaftes Leuchten ihrer Augen erschreckt. Ich folgte ihr und sah sie am offenen Fenster stehen, wie sie lauernden Blickes ein großes Gefäß mit Wasser in den Händen hielt, und in diesem Augenblick trat der Barbier aus dem Hause und als wollte er eben nach seiner Gewohnheit den großartig flammenden Blick auf die Fenster des Hauses senden wollen, da, Klatsch, traf ihn ein wohlgezielter Wasserguss von den grausamen Händen der Geliebten und durchnässte ihn von oben bis unten. Wenn diese aber geglaubt hatte, durch dieses Verfahren eine zerknirschende Wirkung auf Herrn Kräutlein auszuüben, da fand sie sich schwer getäuscht. Denn nun erst fühlte sich dieser ganz auf der Höhe seines Märtyrer-Toms und heiß durchströmte ihn das stolze Bewusstsein, für seine erhabene Liebe ungerecht zu leiden. Seine Augen flammten, seine Brust weiterte sich und hoch erobenen Hauptes, stolze Blicke um sich sendend, ging er, obwohl er nass wie eine gebadete Katze, fast eine Viertelstunde vor dem Hause auf und ab, nicht achtend der spöttischen Zuruf und der lächelnden Blicke, die ihm aus den Fenstern der Umwohnenden reichlich zuteil wurden. Sobald meinem Freund Oppermann dieses Abenteuer bekannt wurde, schaffte er Herr Kräutlein ab, denn er fürchtete es, sich ferner dem Messer eines vom Wahnsinn der Liebe ergriffenen Barbiers anzuvertrauen. »Der Kerl schneidet mir womöglich noch den Hals ab«, sagte er in seinem heimischen Idiom. Und solchem Beispiel folgten noch einige andere Kunden in der Gegend, so dass der unglückselige Mann außer jenen tiefen Herzenskränkungen auch in seiner bürgerlichen Nahrung arg geschädigt wurde. Er musste mich wohl hinter seiner geliebten Feindin haben stehen sehen, als er so grausame und verächtliche Behandlung von ihr herfuhr, denn von nun ab schien er mich mit Groll und Argwohn zu betrachten, warf aus rollenden Augen furchtbare Othello-Blicke auf mich, wenn er mir begegnete, und murmelte Unverständliches zwischen den Zähnen. Um diese Zeit erhielt ich folgende Zeilen von Hühnchen. »Liebster Freund, am 1. Juli zieht der Major aus, um zu heiraten. Als ich nun gestern mit Lore darüber sprach, da schoss wie ein glänzender Meteor ein herrlicher Gedanke durch die Nacht meines Hirnes. Treuster Freund, die Wohnung ist ja gerade wie für dich geschaffen. Nachdem ich diese geniale Idee geäußert hatte, verbreitete sich Sonnenschein durch das ganze Haus, Lore strahlte, die Kinder sprangen, und ich musste mir so lange die Hände reiben, dass ich siebenmal die Stube damit auf und ab kam. Dadurch angeregt ließ unser neuer Kanarienvogel, der auch wieder Hänschen heißt, seinen ungeheuren Triller los, der so lang wie die Friedrichsstraße ist, wahrhaftig wie ein Fußsteig in die Ewigkeit. Mit einem Wort das Haus Hühnchen jauchzte. Da wir gerade zu Tische gehen wollten, holte ich zur Feier dieser glücklichen Stunde eine Flasche Sauren herauf, und so wurden wir noch lustiger und ließen unseren zukünftigen Hausgenossen leben. Denn, dass du diese Gelegenheit beim Zipfel ergreifen wirst, erscheint mir außer aller Frage. Über Frau Schödebolds Strenge und ihren unvernünftigen Hass gegen alles, was da fleucht und kreucht, hast du dich oft beklagt. Sieh mal, bei mir soll der Stab sanft über dich geschwungen werden, bei mir kannst du dir meinetwegen eine ganze Menagerie anlegen und dir die ungebräuchlichsten Tiere anschaffen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Giraffe? Zwar muss es schon eine Klappgiraffe sein, damit sie in unseren Salons Platz fände, aber warum nicht? Oder es wird auf andere Weise Rat geschafft. In unserem Südzimmer kann sie wunderschön stehen in heimischem Klima und damit sie in ihrer räumlichen Entfaltung nicht behindert wird, machen wir in dein Zimmer hinein ein Loch in die Decke, wodurch sie den Hals und den Kopf steckt. So kannst du den besseren Teil des anmutigen Tieres stets um dich haben, kannst es streicheln, tränken und füttern und ihm Gedichte vorlesen, während wir uns zugleich unten seiner Lieblichkeit erfreuen. Mit einem Wort, bei uns kannst du machen, was du willst und wenn es dein Herz gelüstet, das Bombardau spielen oder um das Abendbrot auf einer Posaune zu blasen. Ja, so wird dir niemand darin hinderlich sein, denn Nerven hat in diesem Haus kein Mensch. Drum, lieber Freund, entschließe dich und beglücke uns möglichst bald mit deiner Zusage. Die Arme der Familie Hühnchen sind geöffnet, du brauchst dich nur hineinzustürzen. Wir wollen dein Wohnzimmer neu tapezieren lassen. Lora hat kürzlich neue Tapeten gesehen mit Blumen, Vögeln und Schmetterlingen. Sie sagt, märchenhaft, wie aus Tausend und einer Nacht. Der Wein ist nun schon so hoch emporgerankt, dass dir die Trauben ins Fenster hängen werden und dann die Aussicht auf den Garten, auf den Napoleons Butterbirnbaum und den Gravensteiner und im Hintergrund die Laube mit den Springbrunnen davor. Lockt dich das nicht? Hurra! Ich freue mich furchtbar auf deine Zusage. Alle grüßen dich herzlich. Dein Hühnchen Dieser Brief kam mir wie eine Erlösung. Ja, so war es am besten, so entging ich gleichzeitig der Liebe und dem Hass. Denn auf die Dauer war Frau Schödebolds Zuneigung doch nicht gut zu ertragen und sehr wenig erhalternd war die Vorstellung, ein Feind in steter Nähe zu wissen von fantastischer und exzentrischer Gemütsart, der unausgesetzt einige haarscharf geschliffene Rasiermesser bei sich führte. Schrecklich war der Augenblick, als ich Frau Schödebold kündigte. Sie stand da, bleich und starr wie eine Bildsäule mit der Unterschrift Der stille Vorwurf. Dann traf mich ein Blick, in dem mit Riesenbuchstaben geschrieben stand, Habe ich das um dich verdient? Und ohne ein Wort zu sagen, entfernte sie sich mit dem qualvollen Seufzer einer tiefgekränkten Seele. Man vergönne mir zu schweigen über diese letzten Tage, wo Frau Schödebold bei mir aus und einging, wie eine stumme Anklage, still, aber groß in ihrem Schmerz. Nur einmal noch fand ich Mörikes Gedichte wieder aufgeschlagen an einem Platz liegend, wo sie mir sofort in die Augen fallen mussten. Die Verse, die ich lesen sollte, lauteten Lebe wohl, du fühltest nicht, was es heißt, dieses Wort der Schmerzen. Mit getrostem Angesicht sagtest du's und leichtem Herzen. Lebe wohl, ach tausendmal hab ich es mir vorgesprochen und in nimmersotter Qual mir das Herz damit gebrochen. Naja, ich kann aber zum Trost für alle zartfühlenden Seelen hier berichten, dass die Frau sich recht bald in ihr trauriges Schicksal gefunden hat. Indem sie sich zuletzt wohl überlegte, dass ein, wenn auch ein wenig verrückter, so doch einer ungewöhnlichen, liebesglutfähiger Lebensgefährte immerhin besser sei als gar keiner, hat sie zuletzt, geschmeichelt und gerührt von der unbewandelbaren Beharrlichkeit, mit der dieser Mann ihr sein Herz entgegentrug, dem Barbier Gehör gegeben und ihn auf kurze Zeit zum Glücklichsten der Sterblichen gemacht. Denn nach der Hochzeit ist es bald anders geworden und Herr Kräutlein schmachtet in furchtbarer Tyrannei. Sie hat das unglückselige Wächs an den Stab ihrer Stränge gebunden und sich mit ganzer Kraft bemüht, alle seine vergnüglichen Auswüchse wieder gerade zu ziehen. Seiner leicht beflügelten, fantasiereichen Barbierseele hat sie eine Feder nach der anderen ausgerupft und in dem Leben dieses unglückseligen Opfers der Liebe ist jetzt nicht mehr Romantik, als in einem hohlen Hirsekorn Platz hat. Ach ja, armer Kräutlein. Das war die Geschichte von Frau Schödebold. Wenn sie dir gefallen hat und du mir helfen möchtest, dass mein Video auch anderen Leuten vorgestellt wird, lass mir gerne einen Kommentar, einen Daumen hoch oder ein Abo da. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder. Aber jetzt schlaf gut.